nein nein nein! Nein 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 Geht Weg! Geht Weg! Geht weg! Hallo! Wenn ihr euch gegenseit habt schaut bei Domi vorbei oder schaut in dieия-Liste und die letzten Auseinnehmer sind alle folgen von Let's play TOGETHER Ähm drin Ja Ja, und in dieser Folge werden wir uns einen Platz suchen, weil wir ziehen weiter. Ja, wir ziehen um. Und da bauen wir uns dann offiziell unser Haus. Ja, wollen wir mal das Feuer löschen? Achso, ja, wenn das gleich fertig ist, dann schon. Ich schau kurz. Ja, noch nicht ganz. Aber neun Stück. Aber den Rest kann man schon mal rausnehmen. Eben. Dann machen wir ganz kurz alles in die Kiste. Oh, bis dahin. Dann machen wir noch ganz kurz. Ja, machen wir. Ich will kurz schauen, ob ich was stellen kann noch. Sag, wenn du ready bist, dann komme ich auch. Komm, meint Amerik alles, halt. Ja, komm. Lass uns. Oh, ich bin schon wieder zu fett. Verdammt. Ich habe keine Skillpunkte in mir. Äh. Okay, komm. Ich habe 185 Holz. Kannst du mir bitte was abnehmen? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ja, okay. Gib. Ja, wo bist du? Wo bist du? Ja, ich bin ganz hinten. Du fett. Da, wo du mich gerade gesehen hast, ein bisschen weiter weg. Oder ich lasse kurz das Holz da. Und dann sagen wir es wieder. Nein, nein. Das ist respawned, Junge. Weißt du das? Ja, hier, hier, hier. Take it. Perfekt. Perfekt. Fünf von... Das kann ich mich wieder bewegen. Ja. Ich habe sogar noch 100 mehr. Ey, Junge. Jetzt kann ich mich nicht bewegen. Ich kann nicht laufen. Geil. Ein bisschen fett, aber ich kann mich noch ein bisschen bewegen. Ja, Alter. Voll langsam. Ja. Zu schwer beladen, um zu springen. Ja, Moine. Wir sind alle einfach zu fett. Wir haben zu viel Holz gegessen. Oh. Das brauche ich nicht. Verrotetes Fleisch brauche ich nicht. Ja, was? Kann ich schon nicht mehr reintun? Alter, wie viele Phasen haben wir? 3 Millionen. Ich habe ein bisschen gesammelt. Ey, wir haben 300 Phasen. Jetzt mit meinem. Alter. Ich habe das Gefühl, Holz brauchen wir jetzt im Moment. Ich glaube auch nicht. Das kann ich auch hier lassen. Ich glaube auch nicht. Ja, perfekt. Geht wieder. Jupp. Ich habe jetzt 5 Standfackeln gemacht. Oder 4. Dass wir dann auch wissen, wo wir das alles hingetan haben. Wo wir dann unseren Platz machen. Okay, 3 Stück habe ich jetzt. Aber weisst du was? Soll ich noch ein Lagerfeuer machen, wenn wir dort sind, dass ich es dort hinsetzen kann? Kannst du machen. Ja, Platz haben wir, wenn wir wirklich viele Dinos plötzlich haben. Weisst du, was ich meine? Ja, klar. Oh, da ist sogar einer. Hallo. Na, du süße kleine Phas. Warte, 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 warte. Ja? Hat er uns gesehen? Kreisst du den an? Oh, ja. Vielleicht solltest du ihn angreifen. Komm, ja. Ich kriege dich wirklich. Ja, ich habe es. Hau. 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 Oh, ich habe ihn. Ja. Moment kurz. Ich sehe gerade nichts mehr. Jetzt ist es wieder gut. Hallo. Ja, hier, nimm ihn. Hau nochmal ein bisschen drauf. Ja. Geil. Du hast vielleicht zehn Stück und zwei Leder. Ja, perfekt. Der ist heiß. What the fuck? Loll. Alter Schwede. Was? Schau dir das an. Wir könnten da gleich zum großen Baum gehen. Oh Gott. Was ist das für ein fettes Viech? Was war das? Alter. Du hast das auch gesehen, oder? Nee. Ich sehe halt das fliegende Viech da. Loll. Hallo. Bitte greif uns nicht an. Wir haben dir nichts getan. Level 15. Ich glaube, das ist nicht allzu gut. Greif es einfach nicht an. Einfach nicht angreifen. Lass einfach an dir vorbeilaufen. So ist gut. Vielleicht können wir das dann züchten. Der aber auch. Du bist überladen. Weiß nicht. Ja, ich komme. Warum greifst du so einen an, Alter? Nee, der hat mich angegriffen. Da konnte ich nichts machen. Aha. Dein erster Tag drauf erhalten. Wow. Okay. Also die Viecher sind echt doof. Vielleicht sollten wir mal ein Baumhaus bauen, oder so. Aber ich glaube, da kann es auch keiner angreifen. Hey, hier kann ich es nicht platzieren, Alter. Strohwand kann nicht gesetzt werden. Kein Einrastpunkt. Okay. Dir ist heiß, du sollst einen kühleren Ort aufsuchen. Wow. Ja, geil. Jetzt kann ich nicht mal eine Strohwand hin, aber weisst du was? Aber vielleicht erst einen Boden und dann die Wand. Aber ich bin wieder bei dem Baum, da wo ich gestorben bin. Zack. Ich habe halt immer meine Sachen. Perfekt. Boah, ist jetzt da. Ah, nice. Da. Strohwad. Boah, Nummer 1, Fackel. Dann setze ich hier noch eine hin. Und da. So. Könnte ich jetzt auch irgendwie anzünden. Ich schätze mal, wieder ein bisschen Holz reinlegen. Das geht aber auch nicht, Alter. Nein, oh Gott. Nein, nicht schon wieder. Aber, hau du rein. Diese Scheissvießer. Das habe ich hier voll gefährlich, Alter. Ich bin schon wieder tot. Jetzt habe ich zu. Alter, zwei Stück. Okay, ich glaube, wir sollten wirklich über ein Baumhaus nachdenken, falls es irgendwie möglich ist. Alter, wenn wir einen Unterschlupf haben und was Grosses, dann können sie uns auch nichts mehr machen. Ich bin voll Gift. Ich bin tot. Ja, ich komme. Ich komme. Ah, Level 51. Ja, genau. Boah, ein Fritz ist nicht am Arsch. Alter. Ja, klar, Alter. Wo? Nee, ernsthaft. Nein. Jetzt weiss ich nicht mehr, wo meine Sachen sind, weil ich zu dir gespawnt wurde. Wo ich gestorben bin. Aber die müssen doch auch in der Nähe sein. Ich habe keine Ahnung, wo. Oh Gott. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Oh, diese fetten Viecher. Ey, ich finde meine Leiche nicht. Ich komme. Ja, jetzt bin ich am Strand auch wieder. Bei dir. Ja, super. Alter, okay, komm mit, ich weiss, wo das ist. Komm mit, wir müssen da rüber. Da, da, da. Jetzt wird es markiert. Boah, Alter. Ich bin gleich bei dir. Ich muss mich zuerst wieder anziehen. Allo, die Sachen können kaputt gehen, um mir anhaben. Okay. Ich bin wieder da, aber... Oh nein, da ist das Viech, oder? Geh weg, ich habe eine Axt. Können wir irgendwie da hoch? Irgendwie auf den Baum. Warum? Warum? Warum bist du im Baum aus? Wir können ja am Boden... Ja, aber dann müssen wir uns beeilen, weil diese Viecher greifen uns ja immer wieder an. Und wenn wir die ganze Zeit gekillt werden, dann macht das ja auch keinen Sinn. Ah, ich klatsch dich jetzt einfach auch weg. Komm her, du scheisswicht. Ja, wir sind 11, Alter. Ich klatsch dich. Steinschleuder-Hörstelle. Okay. Fasern, 20 und Holz. Ja, moin, Alter. Ich kann mir nächste Folge eine Steinschleuder machen. Nice. Aber komm kurz mit dich wieder kurz zeigen, wo ich eine Idee hätte, wo man machen könnte. Oh, Alter. Komm hier hoch. Was hältst du, wenn man hier was macht? Hier bei den Steinen. Hier einfach. Pass auf hinter dir. Was ist das für ein Ding? Was ist das für ein Vieh? Weil dann setz ich drum hier... Alter, ich kann's nicht hauen. Jetzt, Leute. Mein Scheiss, das hab ich jetzt auch nicht mehr, ne? Ah, fuck, Alter. Du kannst auch kein... ...Nagerfeuer herstellen, gerade. Okay, ich hab jetzt einen getötet. Dass wir das hier markieren könnten. Ich hab noch eine Fackel. So eine Stehfackel, die kann ich da hinsetzen. Weil das war schon hier, ja. Wo bist du jetzt schon wieder hin? Ach, da bist du. Ach, da. Oder auch nicht. Schade. Hä? LOL! Was? Bei mir ist 439 Meter ein Tier, welch zähmen könnte. Wo siehst du das? Ich hab irgendwie ein Menü. Nächste Folge, schau bei Tommy vorbei. Lass dir mein Abo da. Und dann... Nächste Folge kommt wieder bei... Wie machst du das? Keine Ahnung. Hast keine Ahnung, Alter. Ich schlag dich gleich. Ach so, R3 gedrückt halten. Oder zweimal drücken. Ich weiß auch nicht. Hallo. Warte. Ah, ja. Hallo, ja. Hallo. Na? Okay, Frank, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von ARK. Bis dahin, haut rein. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.